Ja, warum ich bergherren gehe. Die Berge strahlen für mich eine besondere Kraft aus. Es befriedigt meinen Geist und auch die Seele. Es macht glücklich. Du bist ausgeglichen, wenn du die Natur praktisch spürst. Auch wenn ich schon sehr oft auf dem Berg war, auch auf dem gleichen Berg, die Aussicht und das Drumherum, das ist immer etwas Neues. Das ist nie das Gleiche. Das fasziniert mich eigentlich auch an den Bergen. Das fasziniert mich auch an den Bergen.